Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Claudia Hornhorvath. Das Parlament könnte in den kommenden zwei Wochen über den Gesetzesvorschlag zur Rücknahme der Notstandsgesetzgebung entscheiden. Sollten die Abgeordneten so stimmen, dann könnte am 20. Juni der ausgerufene Notstand in Ungarn beendet werden. Vorübergehende Regelungen werden deshalb dennoch bleiben. Die Bereitschaft des Gesundheitsdienstes, der Krisenstab und das System der Krankenhauskommandanten bleiben bestehen. Die Regierung vertritt die Meinung damit, dass die außerordentliche Bevollmächtigung zurückgegeben werde, sei bewiesen, dass die Vorwürfe, die gegen Ungarn aufgrund des Notstandsgesetzes erhoben wurden, grundlos waren. Budget zum Wirtschaftsschutz. So nannte der Finanzminister das Budget des nächsten Jahres, das er am Dienstag dem Parlament einreichte. Mihai Worga betonte, jedem Bereich würde in 2021 mehr Geld zukommen. Es gebe weiterhin das Ziel der Vollbeschäftigung, die Fortsetzung der Steuersenkung und die hervorgehobene Unterstützung von Familien, aber auch die Epidemiebereitschaft werde aufrecht gehalten. Den Haushalt des nächsten Jahres wird das Parlament spätestens bis 6. Juli verabschieden. Die Lohnsubventionen zum Arbeitsplatzschutz nahmen 9.500 Unternehmen in Anspruch. Dies bedeutet für 125.000 Arbeitnehmer mehr Geld, teilte der Minister für Innovation und Technologien Ketschke-Maid mit. Lasso Polkowitsch überreichte fünf Vertretern von Unternehmen die Dokumente über die Lohnsubventionen. Der Minister sprach auch darüber, dass das Coronavirus Ungarn in einem guten wirtschaftlichen Zustand angegriffen hätte. Denn die Zahl der Beschäftigten stieg im vergangenen Jahr auf 4,5 Millionen, die Erwerbslosenquote sank auf 3,5 Prozent. Ab Mittwoch können Ungarn, Tschechen und Slowaken ohne Quarantänepflicht in das Land des jeweils anderen einreisen. Dies aber maximal für zwei Tage. Die Rückreise wird indes schon komplizierter, denn die Ungarn dürfen über die Slowakei nach Tschechien reisen. Heimwärts müssen sie über Österreich fahren. Gleiches gilt für die aus Ungarn heimreisenden Tschechen. Die ungarische Regierung meint, dies spiegle die komplizierten mitteleuropäischen Verhältnisse wieder. Langsam fängt das Leben auch in den Theatern wieder an. Aufführungen dürfen zwar noch keine gegeben werden, doch vielerorts wird bereits für die Herbstsaison geprobt. Die Theater schlossen bereits vor mehr als zweieinhalb Monaten. Seitdem probten die Schauspieler online von zu Hause aus. Die Künstler sagen, sie könnten es kaum erwarten, wieder auf die Bühne treten zu können. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Passen Sie auf sich auf. Auf Wiedersehen.